Hallo Freunde, Christian, ich bin mein Partei der Koalitionscoach, Diplom-Psychologe, mit einem kurzen Video zur Frage, getrennte Wohnungen, heißt das dann gleich Bindungsangst oder auch getrennte Schlafzimmer? Ja, denkt dran, ihr könnt noch einsteigen in Drama-Challenge, Selbstliebe-Challenge und Manifestations-Challenge und dann wollte ich euch, weil ich am Ende des Videos euch nochmal fragen zu Buchthemen, würde mir eure Meinung interessieren, aber erstmal kurz die E-Mail hier. Hallo Christian, eine Frage habe ich an dich, würdest du sagen, wenn ein Partner, der nicht zusammenziehen möchte, sondern auf getrennte Wohnungen besteht, grundsätzlich eine Bindungsangst vorliegt? Gehen wir mal davon aus, man sieht sich drei- bis viermal die Woche, sonst passt alles, also keine Red-Flags. Ne, also ich finde, das kann man nicht sagen, ich fremdele auch manchmal ein bisschen mit dem Griff Bindungsangst, weil das impliziert irgendwie immer sowas, dass es etwas gibt, was so normal ist, also normal ist, man will zusammen wohnen unbedingt und wenn man das nicht will, dann ist es irgendwie unnormal und jemand, der das nicht will, der ist irgendwie, irgendwie, also ich übertreibe es immer so ein bisschen, der ist irgendwie krank und hat Bindungsangst und braucht eine Therapie und also deswegen sage ich manchmal lieber, aber selbst das sehr fragliche, sage ich manchmal lieber so Vermeidung von zu viel Bindung, was aber auch so ein bisschen im Trend ist, gesellschaftlich, ne, also gesellschaftlich im Trend ist gerade sehr, wie auf der Lesung gestern gehört, mehr so offenere Konzepte oder jeder macht sein Ding oder sich gar nicht zu sehr festlegen, insofern soll ja auch immer mehr Single-Haushalte geben, also sind wahrscheinlich auch getrennte Wohnungen ein bisschen im Trend. Aber ganz allgemein kann man sagen, es gibt viele gute Gründe, warum man das nicht möchte so, ne, und man muss es ja nicht wollen, ne, also das muss ja auch, diese Gründe müssen für dich ja nicht stichhaltig sein, wenn nicht für deinen Partner stichhaltig sind, ne, also du kannst, also natürlich muss man irgendwo Kompromisse finden, aber wenn jemand sagt, du ganz ehrlich, ähm, weiß nicht, ich habe hier alten Mietvertrag, ähm, tolle Wohnung, wer weiß, was aus uns wird, äh, möchte ich jetzt nicht aufgeben, oder wenn jemand sagt, du, ganz ehrlich, äh, ich bin, wenn man so älter wird, hat man ja auch mehr Bock auf seinen eigenen, äh, Space, also weiß ich nicht, entspricht mir einfach mehr, ist das sein gutes Recht, ne, also insofern, ne, also natürlich muss man, kannst du jetzt sagen, ist mir immer total wichtig oder so, da muss man gucken, was man macht, aber ich darf auf gar keinen Fall sagen, dass das immer heißt, Bindungsangst. Äh, zweite Frage, was hältst du von der Idee, wenn man zusammen sieht, getrennte Betten, Schlafzimmer zu haben, dabei geht es nicht um Schnarchen oder irgendwelche Schichtdienste, sondern in der Theorie soll das, äh, Verlangen aneinander steigern. Ja, also ich verstehe den Sinn dahinter, also man kann diese Frage, wie viel Nähe und Distanz, äh, eine Beziehung hat, die kann man, glaube ich, nicht so auslagern an Schlafzimmer, also du kannst getrennte Schlafzimmer haben, äh, und es steigert vielleicht, äh, sexuell Qualität, aber auch dafür muss man sich ja mal irgendwann in einem Bett bewegen, irgendwie so, äh, du kannst aber auch den Effekt haben, ähm, ja, so dass man sich noch weiter entfremdet und noch weiter, ähm, noch weiter irgendwie entzweit, kann man mal gucken, ob es da irgendwas so gibt, äh, zu getrennten Schlafzimmer. Also ich weiß nicht, ob es das, ob man da wirklich so allgemeine, ähm, ja, also wird oft, äh, gesagt, dass das so pro Runde gibt für getrennte Schlafzimmer. Ich persönlich, also, ähm, bin da nicht so ein Riesenfan von, weiß ich nicht, dann lieber mal, äh, weiß ich nicht, mal eine Nacht auf dem Sofa schlafen oder, äh, keine Ahnung, ähm, ich finde das irgendwie, klar, ich weiß, dass es gerade so ein kleiner, gilt gerade so ein bisschen als so ein Segen. Ich habe ihn da so ein bisschen zweifelhaft, äh, weil, also meine, es gibt immer nur beide Möglichkeiten. Entweder man schläft immer in einem Bett und da braucht man vielleicht mal Abstand, für den muss man irgendwie sorgen, äh, oder man schläft immer in getrennten Betten, dann braucht man, äh, muss man irgendwie dafür sorgen, dass man, äh, auch ein paar Zeit hat im Bett. Also irgendwo, also man kann das, was ich schon sagte, man kann das nicht an die Betten delegieren, ne, man muss das irgendwie selber handeln und das muss man machen, ob man jetzt getrennte Schlafzimmer hat oder nicht, würde ich mal sagen. In diesem Sinne, mache die folgenden Kurse. Achso, die Frage, die ich noch habe, ähm, und zwar, äh, gibt es eine Überlegung für ein weiteres Buch? Und bei mir gibt es auch Überlegungen, das mal ohne einen Verlag zu machen. Ich habe jetzt diese ganze Verlagsbranche, ich war ja bei verschiedenen, ähm, als so mehr oder weniger befriedigend erlebt, sage ich mal. Aber gut, das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, äh, würdet euch eher interessieren, also im weitesten Sinne ein Buch für so die 1x1 Fibel für Singles irgendwie, vielleicht auch Dauersingles, ähm, oder lieber für ein Thema, ähm, quasi das andere Ende, ähm, Langzeitbeziehungen gelingen lassen oder Langzeitbeziehungen spannend halten, wäre das ein Thema, was euch mehr interessieren würde. Gibt es auch eine Abstimmung auf YouTube und Instagram, aber ihr könnt es auch einfach in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns bei vier. Ciao, ihr Lieben. Tor habe ich schon will. Tor habe ich band